Die Spreerunde. Der Web-TV-Talk aus dem Herzen Berlins. Aus dem Herzen Berlins. Die Spreerunde. Heute reden wir in der Spreerunde über Geld und zwar über Micropayment-Systeme, Social Payment, mobile Bezahlsysteme auf dem Handy. Alles, was eben da in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zukommen könnte. Ich habe mir mal so ein bisschen angesehen, was es eigentlich schon alles gibt. Da gibt es Paypal, da gibt es Katschingel, da gibt es Flatter, da gibt es iTunes, mit dem ich bezahlen kann. Ich könnte mit Facebook Credits bezahlen. So ein richtiger Wildwuchs von Bezahlsystemen. Ich glaube, dass diese Plattformen wie Facebook und iTunes oder auch Amazon vielleicht mit dem Kindle, mit diesem Buchdienst, so eventuell die großen Hebel sein könnten für Micropayment und für Bezahlsysteme. Ja, durch die Schlagkraft, die sie haben, glaube ich auch, durch die Marketing-Power, die dahinter ist. Wobei es ja auch interessant ist, dass so etwas wie Facebook Credits, zumindest auf dem Papier, auch schon sehr, sehr lange existiert und inzwischen natürlich technisch implementiert ist, aber auch noch nicht so richtig in die Gänge kommt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass da die Spielpartner fehlen, also dass Facebook irgendwie es nicht schafft, dafür richtige Kooperationen auf die Beine zu stellen. Ich glaube aber trotzdem, dass das Anfangsschwierigkeiten sind und ich denke, dass die Plattformen so einer wirklich der Treiber sein könnten. Ich glaube, dass Facebook einen sehr langsamen Weg geht, der auf der Spieleindustrie basiert, also sprich Farmville und Co. sich so kleine Schweinchen kaufen und sowas. Das Thema Micropayments ist ja jetzt nicht besonders neu. Wir hatten zu BTX-Zeiten hatten wir schon das E-Geld. Da konnte man für eine Mark 30 konnte man sich eine Bildschirmtextseite kaufen, also die ersten Paid-Content-Modelle. Warum tun wir uns da so schwer mit diesen Micropayments? Warum dauert das so lange? Was glaubst du, Eva? Das ist eine gute Frage. Also erstmal bin ich ganz überrascht, dass man zu D-Mark-Zeiten offenbar schon solche Systeme etabliert hatte und fände ich jetzt mal interessant, wie das damals genutzt wurde. Ich weiß nicht, ob du darüber irgendwas weißt. Also ich habe es nicht genutzt. Ich sowieso nicht. Genau. Ansonsten, warum man sich damit so schwer tut, ich glaube, das ist irgendwie ein vieldimensionales Problem oder hat mehrere Komponenten. Also das eine ist tatsächlich, dass es irgendwie etabliert werden muss und da können diese Plattformen, die du gerade angesprochen hast, natürlich die Treiber sein, ganz klar. Und vielleicht auch immer noch so bei vielen Nutzern noch so ein bisschen die Sorge um Daten und was passiert eigentlich damit. Es ist mittlerweile ja völlig gängig, Flüge zu buchen über Kreditkarte oder was auch immer. Das sind ja aber in der Regel eher größere Beträge. Das kann ich relativ gut nachvollziehen. Auf meiner Kreditkartenrechnung, wenn ich sie mir dann anschauen möchte oder lieber die Augen davor verschließe, das ist aber eine andere Geschichte. Aber dass man da irgendwie noch nicht so richtig genau weiß, was eigentlich damit passiert, was mit den Daten passiert und wie die gegebenenfalls auch miteinander nochmal verbunden werden. Also vielleicht ist das noch mehr so ein Bauchgefühl und das dauert vielleicht einfach ein wenig. Ich kann mir vorstellen, dass der mobile Sektor ein großer Bereich ist, der das Ganze beflügeln dürfte. Wobei ich da ein bisschen Schwierigkeiten sehe mit den Plattformen. Also ein schönes Beispiel, wenn ich zu Starbucks in den USA gehe, kann ich mir bei einer Handy-App, kann ich mir die Kaffeesorten schon mal quasi bestellen oder man könnte auch genauso gut eine McDonald's-App sich vorstellen, bei der ich mit Facebook-Credits meine Hamburger kaufe. Problem ist das, das ist zwar super einfach, ich gehe in den Laden, checke bei Facebook ein oder auch nicht, bestelle meinen Burger und zahle mit Facebook-Credits oder mit iTunes oder mit was auch immer. Aber auf einmal müsste McDonald's 30% des Umsatzes an jeden Hamburger, an Apple oder an Facebook abgeben. Ist das so ein Verhinderungsgrund? Müssen da noch andere Verhandlungen stattfinden? Ja, die wahrscheinlich im Hintergrund auch laufen. Ich glaube aber, dass zum Beispiel McDonald's oder Starbucks der Punkt, der zögern lässt, wirklich eher noch so der Endverbraucher ist, der damit sein Problem haben wird. Auch wenn es nur um Centbeträge geht. Ich glaube, dass da die Treiber wahrscheinlich eher die klassischen Kreditkartenfirmen sind. Und Starbucks in den USA hat natürlich nochmal einen ganz anderen Gewohnheitsfaktor, was das Bezahlen mit Kreditkarten betrifft. Und wenn man da das Bindeglied schafft und die Feldversuche laufen ja schon längst, Stichwort Near Field Communication, da auch so ein Micropayment zu machen, das aber letztlich auf meinem Kreditkartenkonto basiert, dann habe ich als Verbraucher da erstmal ein ganz anderes Vertrauen in diese Technik. Weil ich sage, gut, das kenne ich ohnehin schon, wie du vorhin auch gesagt hast. Und ich glaube, das könnte eher so die Initialzündung sein. Deswegen, so sehe ich glaube, Plattformen wie iTunes oder Facebook werden das Thema voranbringen. Das Einstiegstor ist aber wahrscheinlich eher die gute alte Kreditkarte, die mobil wird. Und da laufen ja von allen großen Treibern, Visa, Mastercard usw. laufen da schon die Versuche. Ja, wenn wir hier in Berlin haben, wenn wir in den Tower hier vorn gehen, am Ernst-Reuter-Platz ist ja oben so ein kleines Lab drin für NFC, also Near Field Communication, wo man so einen wunderschönen Fahrkartenautomat sieht, wo ich mit meinem Handy oder mit meinem NFC-Chip vorbeigehe und dann zeigt mir das Display an, Moment mal, was für Kartensysteme hast du dabei? Ist es eine Visa, ist es eine Mastercard, ist es eine Geldkarte, ist es ein was-auch-immer-System von uns, das du hast, also nicht von uns, sondern in dem Fall von dem Fahrkartenautomat, mit was möchtest du jetzt bezahlen? Und man hat dann wie so virtuelle Kreditkarten, die man auf seinem Display hin und her flippt, wo man eben kein Plastik mehr dabei hat. Damit wird aber das Handy auch ganz schön gefährlich. Also wenn ich das verliere, dann ist natürlich schon ziemlich viel weg. Ja, also das ist aber, glaube ich, direkt erstmal der nächste Schritt, um das zu etablieren und auch irgendwie an den Kunden zu bringen. Also sowohl die Handyhersteller als auch dann eben diejenigen, die die Software draufspielen, also Android oder dann Apple im Gesamtpaket, müssen sich diesem Standard, das ist ja ein technischer Standard, dieses NFC, annehmen, das implementieren. Und so wie ich es verstanden habe, ist bislang das größte Problem noch die Schnittstelle zwischen Software und Hardware. Und es geht ja direkt über die Bankverbindung. Also es ist ja genau das Prinzip, was du ja gerade beschrieben hast. Also es geht nicht über eine virtuelle Währung oder irgendetwas, sondern es muss sozusagen eine Verbindung mit meiner Bank hergestellt werden oder Kreditkarte, Kreditkarteninstitut. Und da gibt es wohl noch sehr, sehr große Sicherheitslücken, die man erstmal schließen muss. Wenn das dann aber funktioniert, dann ist das natürlich hochattraktiv, wenn ich tatsächlich nur noch mein Handy brauche und dann eben mit dem 4 cm Abstand oder wie es ja im Moment sozusagen bedarf, demnächst auch noch mein Auto öffnen kann, so habe ich gelernt. Also dafür gibt es auch sozusagen schon Feldversuche. Wenn dann aber das Smartphone mir mal geklaut wird, dann ist es natürlich schlecht. Musst du es fernlöschen. Wenn die Geldbörse geklaut, wird das auch schlecht. Jetzt brauchst du einen Zeitzünder und dann explodiert es einfach. Ja, du hast gerade ein interessantes Wort gesagt, nämlich die virtuelle Währung, weil wir jetzt vom Bezahlsystem in die Währung geswitcht sind. Also wenn wir das nehmen bei iTunes zum Beispiel, zahle ich ja in Euro oder in Dollar, je nachdem in welchem Land ich bin. Und ich nehme nur den iTunes-Account mit meinem Benutzernamen und meinem Kennwort her, quasi als virtuellen Geldbeutel. Wenn wir aber Richtung Facebook-Credits gehen, Richtung Microsoft-Points, Richtung WePoints, wo quasi immer erst ein Umtauschen stattfindet, dieser Währung. Oder das Beispiel Bitcoin zum Beispiel, also eine Open-Source-Währung, die quasi global funktioniert, sind wir dann an dem Punkt, wo wir uns irgendwann fragen müssen, ob vielleicht nicht die klassischen Bankensysteme, die klassischen Währungsumrechnungssysteme nicht eventuell auch durch diesen technologischen Trend und vielleicht sogar das Social-Web angegriffen werden, dass auch da irgendwann eine starke Veränderung stattfindet, dass wir in Zukunft vielleicht gar nicht mehr uns Gedanken machen, wie denn der Euro steht, sondern wie stehen denn die Facebook-Credits oder wie steht denn der Bitcoin? Also ich glaube schon, dass es so eine Art von parallelen Zahlungsstrom geben wird, irgendeine parallele Währung. Wir sehen das ja eigentlich jetzt schon, auch wieder in der realen Welt. Also rein haptisch gibt es ja schon so auf kommunaler Ebene so Thaler oder andere Systeme, die eingeführt werden, die so eine Parallelwährung darstellen, die man dann irgendwie in sozialen Leistungen umrechnen kann oder ähnliches. Das ist ja auch schon so der Ansatz, einen anderen Weg zu gehen. Oder siehe Afrika, wo das Thema Mobile nochmal eine ganz andere Rolle spielt, wo es einfach kein Bankensystem im Sinne von, hier ist eine Sparkassenfiliale, gibt, sondern alles sich sehr virtuell abspielt und Menschen teilweise auch gar kein Konto haben und dann wirklich eine ganz andere Prensphäre machen. Also da glaube ich, es entsteht schon ganz viel, was dafür sorgen wird, dass es so einen parallelen Strom gibt. Ob das wirklich so weit geht, dass irgendwie die Goldman Sachs und die Amex dieser Welt mal Probleme kriegen werden, weil das tatsächlich das Geschäftsmodell angreift, das sehe ich erstmal noch nicht. Ich glaube schon, dass da noch ein bisschen was in der Bewegung ist. Also wenn wir uns anschauen, wie sehr einfach diese Plattformen mit ihren eigenen Bezahlsystemen ja mittlerweile auch Märkte dominieren können. Also ich glaube, gerade diese Verquickung von Marktplatz und Währung ist ein ganz entscheidender Hebel. Also nicht zu sagen, ich habe hier nur ein Bezahlsystem, nennen wir es mal Paypal oder nennen wir es mal Kreditkarte, sondern zu sagen, ich habe einen Marktplatz und in diesem speziellen Marktplatz ist die Währung besonders gut verwendbar, also iTunes oder Facebook oder wie auch immer und letztendlich alle drängen auf den Marktplatz aufgrund der Währung. Also in alter Sprache gesprochen, wir müssen alle jetzt nach Amerika, weil wir dort besser handeln können, mit Dollar oder müssen alle nach Japan wegen des Yens und jetzt müssen wir alle Richtung iTunes auf diesen Marktplatz, weil da eine sehr valide Währung oder ein sehr valides Bezahlsystem ist. Das ist schon so eine Bewegung, die ich sehe. Ja, also jetzt reines Bauchgefühl. Ich fände es nicht gut, wenn diese Entwicklung kommt, weil ich finde, wir sind jetzt endlich dabei, sozusagen auch in der normalen, traditionellen Wirtschaft klarzumachen, was bedeutet digitales Business und warum steht da Geld dahinter und warum müssen wir von dieser Gratis-Ökonomie weg. Und wenn wir jetzt anfangen, in dieser Phase, wo die Geschäftsmodelle wirklich funktionieren und massenwirksam werden, dann zu sagen, ja, aber das bezahlen wir alles mit etwas anderem. Ich finde das psychologisch einfach schwierig. Du hast Gratis-Ökonomie angesprochen, um mal von diesem, was zahle ich für etwas, was mir etwas wert. Da haben wir auch noch andere Bezahlsysteme, nämlich diese Social Payments, wo ich quasi so eine Art Spende geben kann. Also Katschingel und Flatter vorhin angesprochen. Ist das ein Punkt, dass noch viel mehr kommen wird, dass wir quasi freiwillig etwas geben und sagen, wir bezahlen so viel, wie es uns wert ist. Also der berühmte digitale Hut, der rumgeht. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Das wäre natürlich auch ein Stück weit sehr wünschenswert, aus ganz vielen Gründen. Aber ich glaube auch, dass es sozusagen eine soziologische Komponente hat, wenn man sagt, ich schätze etwas wert und das heißt eben auch, dass ich dafür bezahle. Also etwas nur wert zu schätzen, an sich ist ja schön und gut, aber das ist ja wie mit jedem Gehalt und mit jedem Lohn. Man will ja auch bezahlt werden für etwas. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das nochmal eine andere Dimension hat. Aber ob sozusagen sich das dann wieder verknüpfen lässt mit anderen Währungen, also mit diesen virtuellen Währungen, die wir jetzt bislang nicht an irgendwelchen Börsen handeln können, das finde ich ist ein ganz spannender Gedanke. Also vielleicht wäre das auch eine Nische, wo sich eben diese Währungen, also Facebook Credits oder was auch immer, erstmal ganz gut etablieren können, bevor ich tatsächlich zum Beispiel in einen Möbelladen gehe und mir für 1000 Euro, also bislang 1000 Euro und dann weiß ich nicht wie viel Milliarden Credits oder so mir ein Bett kaufen kann. Also das glaube ich, ist schon nochmal ein ganz großer Unterschied, ob es sich sozusagen weiterhin in einer Online-Welt bewegt, ob es Dienstleistungen sind, die jetzt online oder auch offline sozusagen stattfinden oder ob ich tatsächlich auch Sach-, also Gegenstände irgendwie dafür bekomme. Ich glaube, da muss man, das sind verschiedene Stufen und wenn es überhaupt dazu kommt, dass man sozusagen letzten Endes etwas Gegenständliches erhält für irgendwelche Credit-Systeme, die sich sozusagen in der Online-Welt erstmal etabliert haben und da ja auch generiert werden. Bauen wir mal kurz ein virtuelles Ökosystem. Farm will, Schweinchen kaufen, Bauernhöfe züchten und sowas, also Schweinchen züchten, Bauernhöfe bauen. So, ich habe jetzt beispielsweise keine Zeit, mich den ganzen Tag um meinen Bauernhof zu kümmern, fände es aber schön, wenn der toll aussieht, also rein Szenario. Du sagst aber, Mensch, ich habe die Zeit nebenbei und kümmere mich um meine Schweinchen und ich zahle aber nicht jetzt an die Farm will, Kollegen, da irgendwie eine virtuelle Währung, dass sie mir quasi das Schweinchen einfach so upgraden, sondern ich sage unter meinen Freunden, ich zahle euch mit meiner virtuellen Währung, dass ihr meine Schweinchen quasi pflegt und letztendlich geht was in Credits an dich zurück, weil du dich um die Schweinchen kümmerst. So, jetzt mache ich es noch nicht komplizierter. Nachdem aber dieses ganze Businessmodell auf Credits, also auf Facebook-Credits basiert, hast du quasi Facebook-Credits verdient, die du also vorher nicht kaufen musstest. Jetzt sind die aber Geld wert und jetzt gehst du irgendwann zu Ikea und hast dort deine Ikea-Family-Facebook-Connect-Karte und kaufst dir dort den Önkelström-Tisch für 400 Credits. Die hast du aber niemals in Geld gekauft, sondern das Geld habe eigentlich ich dir gegeben, weil ich quasi dir Facebook-Credits gegeben habe, dass du meine Schweinchen züchtest. Ist so ein Szenario vorstellbar oder ist das jetzt völliger Wahnsinn? Also ich glaube, theoretisch ist das vorstellbar, wie du ja gerade skizziert hast, aber da stecken ja so viele Annahmen und Voraussetzungen hinter, dafür müsste sich ja erst mal Ikea irgendwie auch mit Facebook sozusagen einigen. Ja gut, das wäre denkbar, dass sie sagen, in Zukunft kannst du auch mit Credits zahlen, dafür kannst du dann dich einchecken. Also denkbar ist das glaube ich schon, aber das scheint mir noch ein bisschen weithin. Aber wenn, dann überlege ich vielleicht doch, Schweinezüchterin, wer fahren will, zu werden. Glaubst du, was ist realistisch? Wäre das denn wirklich, wäre das was revolutionär Neues, wenn es das gäbe? Also das ist doch eigentlich nur eine Mischung aus, du hast halt irgendwie neben, keine Ahnung, Dollar und Euro, gibt es dann diese Währung noch, die aber dann wieder im normalen, sozusagen Währungssystem drin ist? Ja, ich glaube, es ist eine neue Komponente drin, nämlich die Wertschöpfung. Nämlich, dass ich quasi etwas anderes getan habe. Also ich habe in irgendeiner Weise eine Leistung erbracht. Diese Leistung heißt aber in dem Fall, Freunde gewonnen, die meine Schweine züchten und mir davon aus diesen virtuellen Gütern und aus diesen virtuellen Dienstleistungen ein reelles Gut gekauft. Also nicht digital, sondern irgendwas, was auch Material braucht. Und auch wieder Dienstleistungen dahinter, alles Mögliche. Also ich glaube, das ist schon nochmal dieser Aufschlag zwischen digitaler Welt, virtuellen Gütern und realen Gütern. Ich glaube, dass diese Verbindung, die merken wir ja tagtäglich, dass da irgendwas passiert. Dass wir auf einmal T-Shirts drucken aus irgendwelchen virtuellen Sachen, dass wir auf einmal Maker-Bots haben, wo wir uns Gedanken machen, ob in Zukunft Lego zum Plagiat werden kann, weil Leute sich ihre Lego-Steine selber ausdrucken. Also da merken wir ja auch, dass aus virtueller Masse... Ja, aber ist das nicht ein anderes Thema, das du aufmachst? Doch. Da geht es doch eigentlich eher um das Faszinierende, dass man im rein virtuellen etwas erwirtschaften kann, was man dann im realen umsetzt, oder? Also das hat dann mit der Währung nichts zu tun, sondern das ist ähnlich wie in Second Life, wo es auch diejenigen gab, die irgendwie tolle Kostüme schneiderten und sich in der Second Life-Währung zahlen ließen. Und du konntest es aber auch in Dollar umsetzen. Ja. Und praktisch ist es doch eigentlich nur eine Dienstleistung, die man erbringt und hinterher kann ich mir dafür irgendetwas leisten. Also ich werde bezahlt dafür. Das Prinzip ist ja sozusagen ein altes. Also ich mache etwas, ich züchte deine Schweine oder was auch immer ich da mache und kann mir hinterher aufgrund der Zeit und des Engagements, was ich da reinstecke, dann etwas leisten. Genau. Nur die Plattform an sich, und jetzt sind wir glaube ich nur beim Thema drin, die Plattform an sich ist überhaupt erst derjenige, der es ermöglicht. Weil es wäre vorher, also jetzt wäre es nicht möglich, meine Motivation, bei Farmville Schweine zu züchten, in ein Ikea-Regal zu übertragen. Das ist sehr schön zusammengefasst, ja. Ich glaube, das ist so die Thematik dabei. Ja, und dann eins meiner Lieblingswörter, es ist natürlich schon richtig, weil du schaffst ein Mindset. Also diese ganzen Möglichkeiten, die du im Moment hast, irgendwie Payback-Punkte sammeln oder Meilen sammeln, die ja auch sich immer weiter aussehen. Du sammelst denn Meilen nicht mehr nur durchs Fliegen, sondern durch tausend andere Dinge inzwischen auch. Die würden natürlich durch sowas ein anderes Gewicht bekommen. An der Stelle, wo Facebook-Credits oder was auch immer sich da durchsetzen würde, als so ein Zwischending zwischen der klassischen Bezahlung und einer sozialen Bezahlung, das stimmt. Da kriegt das eine Kraft, die ich nachvollziehen kann. Und dann, glaube ich, ist der Schritt zu sagen, ich kann auch mit Credits irgendwo bezahlen, so wie ich auch jetzt im Moment mit Meilen bezahlen kann, nur noch ein ganz kleiner. Ich glaube, wir führen die Diskussion fort mit euch da draußen. Würdet ihr oder zahlt ihr bereits schon mit Facebook-Credits? Nehmt ihr andere virtuelle Währungen? Habt ihr Schwierigkeiten, rein vom Mindset, wie du schon gesagt hast, wenn ihr mit einem Handy euch per iTunes jetzt einen Hamburger kaufen würdet? Schreibt uns das in den Kommentaren hier unter diesem Video. Danke!